Hey Alper, hör mir zu, es wird mal wieder Zeit für dich. Zeit den hasserfüllten Idioten da draußen zu zeigen, dass es nicht vorbei ist mit dir. Es ist noch lange nicht vorbei mit dir. Fick sie Bruder, kämpf dich raus aus der Scheiße. Ich steh hinter dir, rasier den Markt. Westberlin, Alpergan, aka der Ausländer. Die Zeit vergeht so schnell, es stimmt, ich werde auch älter. Vorbei mit diesen Zeiten, ich will keine Kilos ticken. Ich bin heut die Stimme der Straße und decke Silus Rücken. Es ist wirklich zu viel passiert in dieser kurzen Zeit. Auch wenn ich ängstlich war, hab ich euch keine Furcht gezeigt. Ich bin mein Weg gegangen, ich wollte nie einen Haken machen. Und trotzdem hab ich mir von niemandem was sagen lassen. Irgendwann nahm ich mir einen Stift und ein Blatt Papier. Ich wollte schreiben, dachte mir, mal gucken, was passiert. Ich musste weiterlaufen, kämpfen wie ein Patriot. Sogar als Türke trag ich gerne ein Deutschlandtrikot. Ich hab versucht, für euch da zu sein und ein bisschen zu texten. Ich habe Aufstand gemacht hier auf den billigen Plätzen. Und heute will ich nur rappen, jetzt bin ich im Kokier. Doch leider wirst du heute ohne Promo ignoriert. Einen, lass mich nur schreiben. Ich mach's mit Herz, doch was ist mit den Scheinen? Ich bin nicht das eine, auch nicht das andere. Ich bin Alpagan, sie nennen mich Almanche. Hörst du? Canem, Ubenimkanem, Benim Hayatem. Gönn, Benyazem. Ich bin nicht das eine, auch nicht das andere. Ich bin Alpagan, sie nennen mich Almanche. Einen, lass mich nur schreiben. Ich mach's mit Herz, doch was ist mit den Scheinen? Ich bin nicht das eine, auch nicht das andere. Ich bin Alpagan, sie nennen mich Almanche. Hörst du? Canem, Ubenimkanem, Benim Hayatem. Gönn, Benyazem. Ich bin nicht das eine, auch nicht das andere. Ich bin Alpagan, sie nennen mich Almanche. Almanche.